Ja, hallo, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Broforce. In der letzten Folge haben wir Zeugs in die Luft gejagt und Leute getötet und in dieser Folge werden wir Zeugs in die Luft gejagt und Leute getötet, habe ich das Gefühl. Bedrohungsmeter Rubin, unbestätigte Berichte vom MVWs in Jalpin rechtfertigen einen Präventivschlag. Ihr kennt eure Aufgabe Broforce. Okay, dann machen wir das. Ja, Sergeant Major, wie auch immer. Wenn man das Spiel lädt in der Playstation, dann kommt irgendwie so ein Bild von so einem riesigen Monster irgendwie. Ich glaube, gegen das müssen wir auch noch irgendwann kämpfen. Ich bin gespannt, wie es dazu kommen wird und die Geschichte davon ist. In der letzten Folge haben wir so einen Geheimansatz mit Mac Prova gemacht. Da haben wir irgendwie RC-Car, die da freigeschaltet. Was? Oh, Minions! Super. Okay, wer hat uns jetzt aufgetötet? Haha. Okay. Aber klar, die euch irgendwie so schnell die Gegner-Massen reinkrükelt. Oh, der war unnötig. What? Ich kann ja auch meine Seite ziehen, gut. Das heißt, ich kann leichter noch nicht werfen, wenn die da vorhin aussah. Okay, auch gut. Also eine Annegung an Rambo, oder? In dem Level habe ich so ein Gefühl. Also so mit einem roten Stirnband. Oh. Oh. Ich tue von alleine flexen, okay. Ich glaube, ich war ungesiegbar. Ja, hier bin ich und Musik war aufgefahren. Töte den. Äh, du. Mach du halt den fertig da oben. Ich stehe aufgefällig. Ich habe noch kein Leben verloren, aber da ist so ein Assi-Kardingon. Das ist da ein Ende, bro. Hä? Sehr gut. Dann hätte ich mal Kreis gelockt, da hätte ich gesehen, ob das Schüsse abwehrt. Da kann ich aber nicht steuern, oder? Ah. So la. Der ist mich vor auf einer Armee. Gibt so zehn Milliarden Schüsse ab und dann kommt wieder ein Schuss durch und versaut alles. Amerika wurde ein weiteres Mal gerettet. Vor, gegen was auch immer Wähler kämpften. Terroristen, oder irgendwie sowas. Das ist einfach so ein Küchee. Amerikaner gegen die bösen Terroristen. Ja, also böse Terroristen. Gibt es eigentlich gute Terroristen? Da runter. Danke. Wow. Okay. Gut, danke. Jetzt zählt er doch einfach. Overkill. Was geht? Die beiden schon wieder. Ich weiß, welche die sind. Die sind anscheinend kristig, weil die so ein Dingens haben. Ein Kreuz. Ich kann noch jemanden rufen. Na super. Was wird der normalen Sätze? Wir haben noch jemanden rufen. Das ist jetzt auch egal. Der verschwindet natürlich. Fristart. Ich schwöre, die Macht von Amerika. Was? Wieso kann ich von jetzt auf einmal von meinen eigenen Kanaden erledigt werden? Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Ich bin gerade noch mit. Der ist viel einfacher als die letzten. Das ist das Gefühl. Nein. Nein. Ich habe meine Dings angesetzt. Meine Pille. Was auch immer das ist. Ich habe die Sachen damit kaputt machen. Ich glaube nicht. Sehr gut. War noch unbesiegbar. Ja. was sagt was sagt was sagt dann wollte ich keinen schaden aber vom händler schießen also schaden von amerika diese anzugträger andauern Nein! Oh Gott! Nein! Oh, die haben mich noch kaputt gehauen! Die gibt's doch nicht! Uhhh! Oh! Alter! Warte, wir suchen das jetzt mal! Ne. Warte. 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 cool die erste lichteffekt auch kommt nachdem ich schieße in dem gesicht von leben sollte mehr so darauf achten gegen spiele es ist ja noch mal so ein was man genau macht dann steuern und siekuliert dann ist auch bestimmt schnell erledigt wenn ich volle möhre da in der nähe bin ich bin immer noch am meisten oberkill und arnold der raketenwerfer war mein gott ich bin schon jetzt hier ich bin gar nicht verreckt ich glaube 50 prozent des spiels werden wir noch 5 parts erledigt haben ich glaube da waren 5 parts ausgezeichnet weiter geht's schließe er sie mir an ich kann besser werden meine schulter hat ich lebe noch habe ich zwei leben oder was ich zwei leute spiele ich glaube ja da da jetzt bin ich in der eine war ausgebildet werchstall seiner truppe genau da war das noch herrlich alter da 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 Schieß mal auf mich. Jawohl, es klappt. Mein Gott, warum müssen jetzt so exklusive Typen? Oh, ich hab ihn vergessen. Okay, los. Das Spiel ist eigentlich nicht so schwer. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, waaah. Der ist nicht so eine große Effektivität in diesem Ding, aber okay. Aber ich hab's. Ich bin schon weitergekommen. Ich lebe noch. Noch. Und da kommt der nächste Boss, oder? Ja, genau. So ein Dynamit-Dinge hier. Aufgewachsen, gestorben. Verheiratet. Und da war sein Leben vorbei. Mein Gott. Oh Mann. Das sind aber so Sachen, die gehen mir echt so durch den Kopf. Und so Selbstmord-Attentiver sag ich mal. Ich lebe sein ganzes Leben lang und dann schränkst du dich irgendwann in die Luft. Ja, das ist voll gebacken, ey. Ich möchte mich jetzt nicht auf dieses Thema konzentrieren. Das ist ja nicht das Thema von Broforce. Der Wackstoß. Das ist ja ganz und gar nicht das Thema von Broforce. Es ist jetzt einfach nur darum, Leute kaputt zu holen. Was seid dagegen? Doch. Sehr gut. Und. America. Okay. Ich hab jetzt nicht mit gerechnet, dass so eine Szene kommen würde. Aber okay. Das geht. Ah. Wollte ich nicht zerquetschen oder so. Hi. Die Bro's. Die richtigen Bro's. Aha. Oh Gott. Danke, was ist ein R für einer? Das hängen doch alle dran. Hey! Irre! Nein! Ah! Ich bin gestorben. Ah, mein Bruder. Mein Bro. Halt überleben. Das ist das, was hier. Was? Ah. 3, 2, 1. Go! Ja, achso, dann. Du warst nicht glücklich. Ja, oder so. Ne. 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 Wohne. Ein bisschen aus wie ein harter Jesus. Ich habe schon lange mit dem gemacht. Einfach voll brutal. Scrap. Okay. Ich sage, wir tun nur in, in, automatisch in irgendeine Richtung schießen. So. Soll ich die Dinger mal benutzen? was ist mit amerikas wetter los naja das gegner Äh, ok. Dann lau ich ihm ab. Jetzt mach ich mein Bro, mein Waffe. Oh, ob das eine gute Idee ist. Nein, nein, nein. Come on. Er nimmt schon wieder. Okay. Boah, ich bin hier noch mal kaputt. Mit ihm ist ein bisschen schwierig. Mit ihm ist auch nicht schlecht. Boah, die kann ich zerquetschen. Aber da ist es bleibt selten. Ja. 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 Ja, das sollte ich wahrscheinlich machen, ne? Ja. 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 Ja, Terroranzeige. Wenn dieses Land etwas hasst, dann die Freiheit, glaube ich. Zweck sie, warum sie sich irren. Ne, ich hoffe, ich glaube nicht mehr in dem Part hier alles. Aber, gut. Boah, ich werde jetzt mal kommen. Okay, kann man überspringen. Das werde ich mal sehen. Der Hubschrauber und absetzt. Ich hoffe, ich nehme mich wieder sowas. Was? Oh. Das ist... Boah. Jawohl. Wuii. Ich war so ein Typ mit dem Krokodil als Haustier. Das ist ja so ein lustiges Auto. Da runterfallen, Alter. Du stirb, verdammt. Du hast mich nervös. Nein. Das gibt's noch nicht. 3, 2, 1. Go, go, go. Okay. Dann tun wir ihn nochmal. Nächstes Mal. Machen. Um mal durchzurennen. Ich habe mich da. Ja. Oh. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht. Nein. Was ist denn? Oh. Das finde ich so schwer, mir einfach alles kaputt zu verladen. Das wäre aber nichts, ey. Was soll ich nicht direkt einfach machen, aber... Wann ich jetzt auch mal in Terminator hier noch? Was so da durch? Oh. 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 Uh. Oh. Ich würde mich sagen, ich bin die Partie. Komm, komm. In der nächsten Folge, ich hab' jetzt mal go. Let's play. ятсяha reduce. Pro-force! Ich würde mich alles besucht haben. Sagt Tschüss, bis zur nächsten Folge. 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 11, 15, 15, 10, 15, 15, 16, 10,